Jo Leute, was geht ab? Willkommen auf dem nächsten Video von diesem Kanal. Heute zu Gast ist der Robin da. Wir machen eine Test-Challenge und wir haben 10 Sekunden Zeit, um was uns in die Tasten reingelegt wird, zu enttasten. Let's go! Der erste Kandidat jetzt ist der Robin. Er muss das hier erraten. Die 10 Sekunden fangen an in 3, 2, 1, go! Wenn du weißt, was es ist, kannst du auch schon früher aufhören. Weißt du, was es ist? Ja. Okay, dann ist jetzt der Miguel dran. Mach die Hand rein. Ja, go! Weißt du, was es ist? Okay. Dann sagt die mir jetzt die Antwort in 3, 2, 1, go! Okay, dann kriegt jeder von euch einen Punkt. Super! Bis zur nächsten Runde. Robin ist wieder dran. Mal sehen, ob er ertastet, was da drin ist. Go! Und die Hand behältst du, bitte, musst du verstecken, nicht hinschauen und auch nicht probieren, okay? Du schaust jetzt die ganze Zeit zu mir und schaust nicht auf deine Hand. Und Miguel, deine 10 Sekunden fangen jetzt an. Okay? Denkst du, was es ist? Nicht hinschauen, nicht auf die Hand schauen, Robin. Auch nicht. Hey, nicht morgen, okay? Dann sagt mir auf 3, 2, 1, was es ist. Nutella! Ähm, Joghurt! Es ist Quark. Kein Punkt für beiden von euch. Schaut auf eure Hände, könnt ihr gerne jetzt abschlecken. Bis gleich. 1 zu 1, um Robin, fängt an in 3, 2, 1, das nächste Objekt zu getasten. Okay. Zeit ist um, Hände aus der Box. Und jetzt ist der Miguel. Stopp, Hände aus der Box. Bei 1 sagt ihr mir eure Ergebnisse. 3, 2, 1. Dein Gebiss. Ein Gebiss. Robin, du hast es leider zu spät gesagt. Miguel kriegt den Punkt, du hast ihm nur nachgesagt. Ähm, ich habe gesagt, bei 1 sagt ihr mir eure Ergebnisse. Und du hast nachgedacht, deshalb kriegt der Miguel den Punkt. Ähm, 2, 2, 1 steht für Miguel. Wenn er noch einen Punkt bekommt, gewinnt er. Robin, du musst es jetzt erraten. Und wenn der Miguel es nicht errägt, kannst du noch zum Finale kommen. Deine Zeit fängt an in 3, 2, 1, los. Okay, Miguel, du bist dann. Go. Okay, bei 3 sagt ihr mir eure Ergebnisse. Bei 1 sagt ihr mir eure Ergebnisse. 3, 2, 1. Feißholz. Streichholz. Ich habe Feuerholz gesagt. Ich habe Feißholz gesagt. Hast du nur Streichholz gesagt? Ja. Es ist eine Streichholzschachtel. Ja, das aber. Ich weiß nicht. Ja, Feuerholz. Aber ich gebe den Punkt jetzt trotzdem mal den Robin, weil er das meinte. Und Feuerholz, was ist denn das? 2 zu 2 steht es. Wir kommen zum Finale. Im Finale wird ziemlich spannend. Robin, fang an. 3, 2, 1, go. Hände aus der Box. Robin, Miguel ist dein Zug. 3, 2, 1. Hände aus der Box. Euer Ergebnis steht fest bei 1. Und gleichzeitig, wer es nicht sagt, kriegt keinen Punkt. 3, 2, 1. Tia. Tia. Tia ist viel zu undeutlich. Es war ein Bär. Tia, wirklich. Aber Robin hat es auch falsch gemacht. Müssen wir halt noch eine Runde machen. Bis gleich. Was ich jetzt da reingelegt habe, wird noch schwieriger sein als der Bär. Robin, deine Zeit fängt an in 3, 2, 1, go. Guck, ich schaue, wo ist sie das? Ja, du musst es suchen. So, eins. Hände aus der Box. Raus. Hände aus der Box. Stopp. Ich habe das auch heute geschaut. Nein. Miguel, deine Zeit fängt an in 10. Ich meine, go. Ja. Alles gleichfalls. Okay. Bei 1 sagt ihr eure Ergebnisse. 3, 2, 1. Nichts. Nichts. Willst du mich verarschen? Komm. Euro. Euro. Ist das euer Ernst? Dann schaut doch mal rein gerne. Das ist sehr schwierig. Ein Stäbchen. Eine. Nadel. Gut. So sagtest du nicht. Wir müssen anscheinend noch eine Runde machen. und es wird genauso schwer bleiben. Bis gleich. Robin, es ist dein. Ich zeige erst mal den Gegenstand. Da ist er. Robin, 3, 2, 1. Go. Hände aus der Box. Hände aus der Box. Sofort, sofort. Miguel, nicht hinschauen. Deine Zeit fängt an in 3, 2, 1. Go. Hände aus der Box. Hände aus der Box. Ohne mehr anzupassen. Eure Ergebnisse bitte. In 3, 2, 1. Euro. Knopf. Ihr seid so schlecht. Hä? Das ist so schlecht. Das fühlt sich aber wie ein Euro an. Ja, pisch. Du mit einem Euro. Also, dann müssen wir wohl noch eine Runde machen. Bis gleich. Sie darfst nicht erraten, sind sie wirklich schlecht. Robin, 3, 2, 1. Let's go. 19. Hände aus der Box. Miguel, du bist. 1, 2, 3. Hände aus der Box. Eure Ergebnisse bitte. In 3, 2, 1. Magnet. Robin hat nichts gesagt. Es war kein Magnet. Es war eine Batterie. Meine Leute, seid ihr schlecht. Da muss ich jetzt wohl was Einfaches nehmen, was ihr wirklich erraten könnt. Aber da gibt es halt ein Unentschieden. Es ist ja das Blöde. Wir sehen uns gleich. Diesen Begriff zu erraten, lasse ich euch jetzt 15 Sekunden Zeit. Und ihr müsst mir aber den genauen Begriff sagen. Wenn da jetzt zum Beispiel eine Meise wäre, zum Beispiel ist eine Vogel ab, dürft ihr nicht Vogel sagen. Ihr müsst den genauen Begriff sagen, Robin. 15 Sekunden fangen. Jetzt an. Okay, fertig. Dann Miguel. 3, 2, 1. Go. Okay, fertig. Eure genauen Begriffe in 3, 2, 1. Nagelschere. Fingerschere. Okay, falsch. Nagelschere. Damit haben wir einen Gewinner. Robin. Like dieses Video und abonniert den Kanal. Tschüss. Begriffe in 5, 2. Vielen Dank.